N wie N-1-Sicherheit N-1-Sicherheit ist ein elementares Prinzip für den Betrieb und die Planung von Übertragungsnetzen. Es bedeutet, dass das Stromnetz N jederzeit den Ausfall einer wichtigen Leitung –1 verkraften können muss, ohne dass es zu großflächigen Stromausfällen kommt. Für die Umsetzung dieses Prinzips sind die Übertragungsnetzbetreiber zuständig. Wenn eine neue Leitung gebaut werden soll, überprüft die Bundesnetzagentur vorab, ob das Prinzip der N-1-Sicherheit eingehalten wird. Dafür wird der Fall durchgespielt, dass im bestehenden Netz ein Betriebselement, etwa ein Transformator oder ein Stromkreis, ausfällt und es dadurch zu Überlastungen kommt. Eine neu vorgeschlagene Leitung ist dann wirksam, wenn sie diese Überlastungen behebt, also das Netz wieder N-1-Sicher macht. Dieses Zuschalten einer neuen Leitung geschieht in einer elektrotechnischen Simulation des gesamten Netzes. Dabei werden ca. 6600 Netzknoten, 1850 Transformatoren und 5500 Stromkreise mit ca. 35.000 km langen Stromleitungen betrachtet und berechnet. Das N-1-Prinzip ist ein europaweiter Standard für den Betrieb von Übertragungsnetzen, der eine zuverlässige Stromversorgung garantiert. Mehr Informationen zum Thema Netzausbau finden Sie auf www.netzausbau.de.